Habt ihr Lust eine Roséprobe der besonderen Art zu machen? Dann bucht doch unsere Roséprobe und zwar mit dem Extra eines Weißweins und eines Rotweins. Denn ihr werdet kaum glauben, es sind nicht nur unsere Rosés total unterschiedlich, sondern manche nähern sich sogar ein bisschen dem Weißwein oder vielleicht auch eher dem Rotwein an. Das Ganze haben wir schön verpackt für euch, inklusive zwei Gläsern und einer tollen Weinprobe. Klickt doch mal rein und schaut, was ihr sonst noch findet.